Es war so ein bisschen die Frage, funktioniert das? Kommen wir da klar irgendwie mit denen und kommen die vor allen Dingen mit uns klar? Man wusste nicht, wer kommt jetzt vorbei. Hier in Köln und in Berlin. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Sorge, dass diese politische, die ganze politische Geschichte Israel-Palästina, dass das vielleicht irgendwie dieses Musikmachen überschatten könnte. Und ich wollte eigentlich die Politik da komplett raushalten, so weg. Das ging aber gar nicht. Nach zwei Stunden saßen wir schon auf der Terrasse, haben diskutiert, aber in einer Offenheit und eigentlich mit mehr oder weniger denselben Ansichten über dieser ganze Wahnsinn. Und das war toll. Also über das Musikalische hinaus, was wirklich auch toll war und voll Power irgendwo. Es ist einfach menschlich ganz viel passiert. Also ich war mir nicht sicher, ob ich dort hinfahren würde, nach dem, was man so hört. Aber jetzt, nachdem ich die Leute kennengelernt habe, würde ich sofort hinfahren. Weil die Medien die Angst total genommen haben. Nach 70 Jahren können wir mit deutschen Musikern spielen. Ich hoffe, dass in, ich weiß nicht, es ist wirklich 70. Jahrhundert, wir können mit palästinischen Musikern spielen oder lebanischen oder was auch immer. Israel ist einfach wirklich ein kompliziertes Land. Und man hat hier dann doch immer die Tendenz, alles sehr schwarz-weiß zu sehen. Und dann macht sie den Fernseher an und denkt, überall sind ja nur Bomben und überall gibt es Krieg. Und was macht denn ihr? Könnt ihr eigentlich ganz normal einkaufen gehen? Oder könnt ihr ganz normal Musik machen? Und dann war auch festgestellt, dass man die auch mag. So persönlich. Die kamen mit interessanten Instrumenten. Und ich denke, es passt wirklich mit Habanot Nechama, weil wir nur vocalisten sind. Und dann haben sie ihre strange Mühle in unsere Show gebracht und es ist einfach schön. Ich liebe dich, Ullmann. Wenn du deine Antenna örtest wirst, dann wirst du wissen, wie viel wir in common haben, mehr als wir in Differenzierungen haben. Es ändert nicht die Geschichte, aber es hilft, es zu schaffen die Zukunft. Und da wird die Geschichte. Die Geschichte ist einversteig. Dannelieft den Krupp und den Eingang von den Eingang aus dem den Eingang aus dem Differenzierungen. Dannelieft den Krupp aus dem Differenzierungen. Dannelieft den Krupp.